Nein, haben wir es nicht gerade eben gespielt? Ne, ne, wir hatten Achievement Island und jetzt kommt Achievement Island. Ah. Big brain. Jan spawnt einfach vor meiner Fresse. Das erscheint mir stark verdächtig. Hier Jan, kriegst du nicht huge, weil du direkt vor mir gespawnt bist. Oh, ein Schwert auf dem Thron macht damage. Oh yeah. Nimm es mit der... Und dann tu uns damit abschlagen. Excuse me, Mr. Fruit. Mr. Fruit, Mr. Fruit, Mr. Fruit, Mr. Fruit. Ich bin Dete und ich mach Schaden, ich krieg erst mal... Ah, nein, ah. Mr. Fruit, tut nicht gut. Hey, die hab ich schon aufgehoben. Ich bin Dete. Peter, sowas macht man nicht. Das war, ähm, Jan. Er hat mich fast passiert. Ah, es ist Robin. Nein. Robin? Töte Robin. Identification. Identification. Okay. Ich brauch points. Ich brauch points. Alle tot. Fure. Alle tot. Ich bin auch traitor. Alle tot. Leute. Alle tot. Junge, was heißt für Masseke? Alle tot, mann. Alle tot. Außer Finn. Digga, wo ist Finn? Der ist eh tot. Digga, wo ist Finn? Digga, wo ist Finn? Ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich traitor bin. Ich hab ne echtes Spot gefunden. Ich auch, da gibt's ne Sniper Island. Shit. Ja, genau. Da war ich immer oben drauf. Problem, ich hab keine Sals-AVP. Oi. Nehm doch die normale AWP. Schote, goon. Goon, short. Ich nehm einfach die AK-47. Finn, gehst du da wieder hin? Dann, se gooschachs. Ich geh da jetzt hin. Finn, falls du Grappling-Lukas, gib ihn mir. Fick, ne Fick. Gib mir ein Grappling-Lukas. Fick Krankenhaus. Au, ich wurde angeschossen. Ich hab 50 Leben. Ich hab die stärkste Waffe im Game. Ja, aber ich hab doch keine, ich hab nicht geschossen. Ich hab ne fucking Pistel. Ah, ich hab ne scheiß Pistel, mehr hab ich nicht. Und ich hab nicht geschossen. Oh, Lukas, Lukas ist schwer. Gib mir die Uhr, komm, Uhr komm, Uhr komm. Ich wurde von irgendjemandem angeschossen, Leute. Ähm, es ist Jeff Roffel, weil er detektiv ist. Der ist detektiv. Verdächtig. Fucking verdächtig. Ne, oh, du Schwert. Ich hab die stärkste Waffe im. Jetzt weiß ich. Ich hab das Schwert auf mich. Ich hab Schaden bekommen, ich hab Schaden bekommen. Okay, das hab ich nicht, das hab ich nicht gemacht. Achso, was macht ihr da oben? Ich hab wenig Leben. Ich, was ich, warum liegt da Blut? Disco! Das ist kein Disco, das ist ein fucking Frag-Renade. Hui. Nö, das war Disco. Disco, Disco. Disco. Aber trotzdem bin ich gestärbt. Achso. Ah, ne. Achso. Das Schwert, das Schwert ist so toll, weil andere Leute laufen einfach. Höh! Okay, Hugo. Hallo? Hallo? Warum aktiviert Okay Google schon wieder? Okay, Hugo. Haha. Ja, bin ich allein mit dem Traitern? Wahrscheinlich ja, oder? Also, ich weiß nicht mehr, wer noch lebt. Also, ich glaube, alle tot, außer du. Alle tot, außer du. Alle tot, alle tot. Alle tot. Alle tot, außer du. Ah, das heißt, Lukas Tee. Ne, ne, ich dann nicht. Ich weiß nicht, weil ich kommst du drauf. Lukas Tee. Okay. Ah, ich werde angeschaut. Joann, what the fuck? Hä? Wenn niemand mehr redet, als ich frage, wer lebt noch? Das ist so krass. Das hast du auch zu klopfen. Du lernst eh nichts. Okay, Lukas ist Bending Moon, ne? Eine Nachricht bekommen. Warum gibt's den Juggernaut nicht? Der ist doch tiefer. Jungs, Marcel ist Shisha süchtig. Robin. Peter, der ist ganz rechts. Ja, ihr habt keine Zeit mehr. Ich hab noch genügend Zeit. Ist auf dieser einsamen Insel mit der Grappling noch wach. Ja, los, probiert mich zu hüten. Oh mein Gott, der Luftballon ist ein Gas. Der Heißluftballon ist ein Gas. Das ist cool. Das fällt dir echt viel auf, Digga. Jan ist auf dem Ballon, obendrauf, Peter. Warte, ich kann cheaten. In dem Ballon drin. Wie soll man damit kommen? Jan, du bist ein Hurensohn. Warte, wieviel Zeit hast du noch? Vielleicht komm ich dann raus. Oh fuck. Oh, das war knapp. Schade, der war ein bisschen zu schnell, der Ballon. Peter, du hast noch ein Credit, oder? Ich versuche irgendwie auch irgendwas. Oh shit. Lauf! Lauf, Digga! Ja! Der ist ja noch nicht zu nah an die Halle. What the fuck? Ich hatte keine Ahnung, wo die sind. Highlights. Leute, ich muss gleich essen gehen. Highlights umgebracht. Peter, weißt du, du hast ja gesehen, wie ich Hugo und Ding umgebracht habe. War schon gute Aktion, oder? Ähm, wie du Hugo umgebracht hast, hab ich nicht gesehen. Aber, war bestimmt gut. Schön, mit Messer von hinten, dass er keinen Ton macht. Einfach verleckt mit Messer. Ich hab ja nicht geschossen, deswegen hast du keinen Ton gehört. Ich war halt bloß mit einem Satz, das war halt dieses Ding. Ja, das ist egal gewesen. Jungs, komm mal her. Hä? Äh, nicht Peter, sorry. Hugo, gib mir mal die Shotgun. Ich bin Dete, ich brauche keine Waffe. Wieso? Ist du kein Koppel? Hä? Oh mein Gott, die Mapes verkackt. Ich brauche bitte eine Waffe, ich bin Dete. Gib mir mal die Shotgun hoch. Ach ja, ich hab sie erhalten, oder? Ich hutsch mir. Oh, okay. Dann nehm ich die. Ich mach jetzt nen Penis damit. Also ganz ehrlich, Leute, Finn ist so verdächtig ruhig die ganze Zeit. Ja, Junge, wir brauchen jetzt noch reden. Ähm. Robin hat mir ganz viel zugeguckt, wie ich... Du hast Jan überschwunden. Willst du mir helfen? Jan? Ich hab's geschafft. Ja? Was ist das? Ich weiß nicht. Pass auf, da unten geht's nicht weiter. Oh, man kann zumachen, man kann ja jemand einsperren. Ha, er ist nach Falschheit gestorben. Nein! Hugo hat mich reingeschuckt. Was kriegt man? Sei gut, Hugo. Sei gut. Komm, Kollege, wir töten Finn. Okay. Komm mir raus, mit dem Goldkopf. Gerne, gerne. Vielleicht. Ja, komm. Der ist da oben auf dem Dach. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Da oben ist er. Auah, da oben ist er. Er schießt mich an! Ja, echt. Und... WTF? Ich crober ihn tot. Komm her! Äh, 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 äh! Aber nee. Wer lebt noch aus Ihren beiden? Hä? Keine Ahnung. Hä? du bist der letzte oben oder ich glaube er ist tot ja ist gestorben irgendjemand hat die arbeit abgenommen wer ist das robben hallo du drecksack nein er war ich nur ich bin einfach rote gelaufen als rete mit der sniper so ein bisschen angehittet wer kennt es nicht ich glaube dass es ein bug weil ich glaube dass der der sozusagen einprogrammiert hast dass der den wert vom letzten nimmt sondern 100 prozent oft zurück der nimmt halt 100 weil ja warum da vorst du 50 gett mit drop ja davon 50 deswegen ja deswegen gesetzt auf 50 das ist das einfach wieder auf 100 weil ich habe extra gemacht weil es einfach sonst useless wer gefühlt ist okay hat jemand grappling und ich bring doch eine geile sache ist finde du bist reingelaufen ist die grapple hook nur ohne sound weil das hat faktor der sound ist aber sonst weiß man nicht nicht der traiter ich vertraue dir mal okay warum jeder was du das nein aber warum traust du mir warum ist einfach hochgegangen kann ein schwert und schwert zu uns jetzt bin ich könig irgendwas und was da oben traiter raum ich sehe die angeschossen ich sehe da oben die amor und das schad fliegt folge cool wir sind beim strand lukas kommt verreckt wir spielen die gleiche lukas lukas kommen wir spielen wir spielen wolle bei einem schwert was ein magneto stick warte ich brauche ich brauche noch eine rocke aufschlag und oder war gut ah fuck der war da war aber gut okay ich mach dir schaden wenn ich treffe 10 oh mein gott du hast es geschafft jungs finn wurde vom luftballon gesnibed wir sind nicht beim luftballon und ich kann es nicht gewesen sein weil ich habe keine waffe außer einer glock hier ja wir haben hier ein schwert ich bin auf der insel mit den ganz vielen kisten ja ich werde auch angeschlossen von irgendwo falls ihr in jan seht also in jeff roffel der nicht hört ist dann okay boomer ich vertraue nie wieder sagen was war das wie ich da gehen leute wie ist hugo gestorben da war ne trader falle und warum hat peter dann boom buddy hingelegt du hast nichts gesehen hat schaden bekommen ich habe dich rumlaufen sehen krass also lukas das war das war eine trader falle ich wusste selbst nicht was die macht da stand nur fragezeichen und danach kam ich auf die geniale idee als wir uns das schwer zugeworfen haben dass ich einen boom buddy in der zeit kauf einfach mal ums ding rumgehe und frage wo ist deine leiche und dann habe ich einfach nur drauf gehofft dass die unterstuße weil du dich so freust hey guck mal da ist sie ja ich habe da eigentlich vorher schon geguckt ich habe mich geändert dass die da wirklich ist ich bin einfach zu dumm das zu realisieren peter peter ich wurde das war wie dieses wie dieses geist wie heißt es wo die leiche so ganz oft wegschleudert ja der foltergeist das war ich wurde so weggeworfen und dann war war ich so in wasser wurde ich noch mal weggeworfen wieder weggeworfen und dann bin ich weggeflogen was ja ja okay diesmal bin ich kein traitor gut jetzt bist du traitor das wäre ehrenlos dann bist du schon tot ich habe gar nichts zu essen dabei mag uns jemand sandwitches bringen dte kannst du sandwitch kaufen oh ich weiß gar nicht nee wir haben gar kein dte mehr weil felix gegangen ist ach so lass mal rauchen naja das ist erstmal wichtig vorm picknick mehr kennst nicht ich habe gehört in der in der gegend hier gibt es wilde bären wie das nein braun bären also ich muss sagen die map ist echt gut was erfährst und so angeht habe ich gute fs hier wäre ich habe keine ahnung wo ich das anzeigen lassen kann ich habe es auf steam eingestellt oben links aber ich habe es auch single code kann gut sein weil es schon so wichtig ist schon wieder so ein wahl auf jeden fall auf jeder map von denen oder was rät der die 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 er finn lebst lebt für noch nein Jan, du hast dich als dich selber das Geist, die ganze Zeit. Ja, ich hab vergesst, als ich einen Boom-Baddy runtergeworfen hab. No, what? Jan hat es eigentlich nicht. Ich habe dich als dich selber. Peter, ich mag das Messe. Jan, ich war das Messe. Ich hab mir gedacht, okay. Ja, ich dachte ehrlich gesagt, das ist eine Sniper, die auf mich geschossen hat von irgendwo. Ja, das ist es. Man denkt bei der Messe immer, es ist was anderes. Und man stirbt, ohne dass man Ton macht. Ich hab dir am Anfang misstraut, aber durch das gemeinsame Rauchen hab ich dir dann wieder vertraut. Ja, ich hab absichtlich alle Waffen weggepackt. Ich mein, muss ja. Und dann hast du doch, Mann. Ja, aber Rauchen ist friedlich. Wenn du noch den Traitor-Defibrillator reinpackst, kann ich dich nicht selber beleben als Traitor. Ja, ja, ja. Rauchen. Hä? Du hast einen Defi als Traitor. Also du kannst dir einen kaufen. Ja, aber ist es der, äh, wiederbelebe ich dann Leute als Traitor oder als Inno? Als Inno, aber die müssen entweder, also, ähm. Warte, gibt's, gibt's einen, als Traitor, einen Defibrillator, der als Traitor wiederbelebt? Nö. Ja, gibt's als Addon. Das brauchen wir dann. Nein, das ist, äh. Hab Robin umgebracht. Nee, wir haben doch eh die Regel, dass wir das machen, oder nicht? Nein, die Regel ist nur beim, beim, äh, Disguised. Hab Robin umgebracht. Ich hab's, nein. Oh, 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 da wurde... Ich hab's getroffen? Ich hab's getroffen? Was hast du getroffen? Hä? Was hast du angeschossen? Hä? Da ist irgendwas, irgendwas gerade explodiert, oder so. Aber ich hab keine Ahnung. What the fuck? Okay, Lukas möchte ins Menü. Ich stand gerade hier, Peter. Warte, ah, ja, ich hab mir nur gerade Beine gebrochen, weil das ist lustig. So, bin wir da. Nee, guck, ich stand hier, hab gewartet, bis du oben bist, dann hab ich so geschossen. Ausrufezeichen. Ah. Ja, ausrufe. Hotkey. Cool. Aber Moment, du wolltest mich erschießen, als ich hochgegangen bin? Nein, sonst hätt ich geschossen, während du hochgehst, nicht, während du oben willst. Wo seid ihr? Ich komm jetzt rüber. Ich bin eh nur bei der Woj. Warte, warum ist die Treppe blau, wenn man da drauf schießt? Ich glaub, das sind die... Oh, ja, stimmt. Das ist die Treppe. Also, ihr könnt euch gegenseitig gerne umbringen. Nee. Warum sollten wir das tun? Robin ist umgebracht worden von mir. Ja, das ist okay. Oh. Oh. Ja. Hm. Jeff ist auch tot. Warum wolltest du dann auf mich schießen, als ich hochgegangen bin? Ich bin... Mach nur die One-Man. Ja, aber ich weiß nicht, ob es Finn oder Hugo ist. Peter und Finn. One-One. Okay. Ist gut. Peter war eh nur. Du Hund. Hä? Oh, nein. Hugo. Was ist mit dem Gleiche los? Autismus. Oh, ja. Ich Junge, wie es in dem Raum aussieht. Hugo, aber ich hab das gar nicht... Ich hab gar nicht lalalalala gehört. Ja, das hört man bei der leider nicht. Ich brauche auch mal eine neuere. Also, ich hab... Ihr könnt doch die... Sonst als Alternative die John Cena. Dann macht's. John Cena. Und dann geht's alles hoch. Ich hab... Ich hab... Alua Akbar gehört. Aber sonst... Ah, ich nicht. Ich war bisher nur Alva ein Traitor. Komm, wir erschießen, Robin. Piu. Kann mal jemanden Traitor... Wer hat die INCI hier? Hallo? Robin ist verbrannt... Oh, Feuer! Au, au, au. Robin ist durch eine INCI verbrannt. Ja, kannst wir den Raum hier öffnen. Oh, eben. Nein, wir sind stuck. Shit. Warte. Help, Deborah, I'm stuck. Okay. Ah, ich hab' eine Disco. Okay. peter oder hugo hast du die geworfen die in sie gehen sie die hast du geworfen du wichser wurde auch zu reden wurden geworfen ja der erschossen wurde von dir nein ja ja ok wer sind die traiter als frage ok ich bin es nicht der ofen jetzt ja ich würde nichts bringen ja 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 wer lebt denn alles nur nur beide wo bist du denn wo bist du im krankenhaus wo ich immer bin ich höre schon wieder ja du bist schon tot ja ich habe mir das abgeschossen ach so ist auf dach gerannt ich habe halleluja hochwerfen wollen aber ich habe mich bewegen ich stehe im feuer kann mich bewegen okay ja bis raus gut ja das war keine waffe noch eine waffe danke dass du sagen ja ich habe auch keine ich habe keine waffe wo ist er läuft im wasser gerade richtung dahinten ich hole hugo dann ja da hinten da der ist unter der brücke unter der steinbrücke ist okay er ist tot erstaunlicherweise inno was ist was war was war hugo was war hugo auch inno okay also jan ist auf jeden fall trader okay ich weiß nicht die grappling hook dass du vom trader point ausgaben ansonsten ja lukas oder robin oder lukas aber auf jeden fall jahren warum höre ich es bei finn so hart tippen der typ ist tot der schreibt safe gott hallo mama jan ist fast tot jan ist tot was für jan ist tot ach so ach du bist inno ok ich weiß nicht da hinten ist oh ja da hatten waluigi launcher vom vom ding spot 22 leben hi robin ich weiß es auch nicht ja ich dachte da hat ja ich war gerade skeptisch weil da war der laserbeam davor und ich dachte du wärst traitor also auf jeden fall lukas hat sein waluigi lancer schuss ich wundere mich dass er gerade kein double kill gemacht hat wieso bist du die bäume summiert er hat sich wie ein hp du darfst du einmal nur einmal nur einmal die bäume ist echt komisch ich hatte 70 hp hugo robin ja keine ahnung aber eigentlich sollten es doch eigentlich nö finn killt mich random ich frag warum er so ein random kill muss der sein ich muss meine ruhe behalten wer war ich mit trader kollege jan hat er was gemacht ja der hat den grappling hook ausgepackt und sich dadurch nicht so schnell verraten sonst gehört eigentlich auf das ding drauf und dann snipen aber kommen ist mir die query mein problem ist ich habe keine sniper weil die normale rifle ja keine ahnung ich will die auf dem felter den oben liegen zwei sniper ok ist du gerade oder hast du schwanz im mund und